... dort, wo es geregnet hat und vielleicht sogar noch ein bisschen heißer, morgen dann bis zu 35... Hey! Ich kenne dich doch! Schmeiß! Der Präsident hat gestern Abend überraschend einer vorzeitigen Entlassung des Ex-Terroristen Volker Wittmer zugestimmt. Wittmer war ein führendes Mitglied der Roten Armee Fraktion, er saß 22 Jahre in Haft. Ich habe dir ein paar Möbel reingestellt, das ist ganz gemütlich. Achter Stopp, wunderbare Aussicht. Können Sie mir meine Wohnungsschlüsse geben, der ist in meinem Rucksack. Was war denn das für eine Knarre auf deinem Bett? Die habe ich mir besorgt, als ich gehört habe, dass du bei mir einziehst. So jemand wie du hätte echt gute Chancen gehabt, bei uns anzufallen. Die Frau, früher hieß sie, Berner, der Gärtner, der andere Ankara und der Wetterseichfeld den Helden spielen wollte. Du hast meinen Vater erschossen, du Schwein. Sie hat mir den Tipp mit der Wohnung gegeben, Frau Wittmer. Du sagst jetzt deinem Sohn, was du gemacht hast. Guck ihn an! Sie ist mit ihrem Vater raus, Marita ist hinterher, sie sind in die Villa. Das hatten wir nicht kalkuliert. Nein, das ist nicht kalkuliert. Ihr habt das nicht kalkuliert! Schreiben Sie es! Schreiben Sie es! Schreiben Sie es! Hallo! 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 Vielen Dank.